Spannende Musik Nerven Gift Kanate Ach du Scheiße Ich bin mir ziemlich sicher dass wir jetzt gleich auf dem Boss-Fike treffen Shit Ah, hier unten. Okay, hat's recht. Moment. Was höre ich da? Ich hatte gerade diese, wie eine kleine Football-Figur gehört hier. Wo war die denn? Hab ich die vorhin wirklich übersehen? Das ist ja blöd. Da ist er. Da ist er. Und wir haben sie. Kriegen wir eigentlich irgendwas für die Collectibles? Da wird freigeschaltet? Oder gibt es einfach bloß eine Trophy? Oder so eine Augenschaft? Okay. Nicht genug Platz Das ist natürlich das Problem Das war natürlich jetzt absehbar Scheiße Nicht genug Platz das ist eine Evelinie am Start, oder? so ein Mist wieso denn? wieso denn? hier waa 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 oh so hier war noch ein Kraut, aber ich kann ja eh nix nehmen irgendwie shit 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 oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh oh stirb oh 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 Winter, 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 können wir denn noch nicht, ja, können wir noch nie, so oh laws o oh o o o o Oh Mann. Ja, scheiße. Also ich kann mitnehmen, aber ich habe jetzt natürlich den Brenner nicht am Start. Obwohl ich auch der Meinung bin, dass er mir jetzt hier irgendwie wirklich so in diesen engen Räumen jetzt nicht wirklich was ich brauchte hätte. Okay, also die verstärkte Munition, die ist schon, die ist schon effektiv hier. Okay, nochmal hier, Point of No Return. Jungen, nimm doch die Lampe mit. Oh nee, hier ist ein dicker. Oh shit, oh shit. Oh nee. Oh fuck. Die sind schon echt. Oh fuck. Nooo. Das ist aber schlecht. Das ist aber schlecht. Jetzt sieht aber schlecht aus. Boah, ist ja langsam ey. Komm. Komm. Ciao nun. Mann Wir haben eigentlich ein bisschen eher gehofft, dass die Bomben detonieren irgendwie, wenn die die berühren. Okay. Wer noch so platt? Was ist mit dem anderen? Der andere so platt. Oh Mann, Alter. Na, das war jetzt hier eine Nummer, ey. Ja, hier habe ich jetzt nicht besonders viel Stil an den Tag gelegt, aber hey, seht es mir nach, Leute. Seht es mir bitte nach, irgendwie. Ah, Maschinen-Iwehr-Munition. Naja, jetzt nehmen wir natürlich alles mit, können wir hier oben, gibt es hier noch etwas? Und hier war doch noch eine Menge Karton. Also, äh, 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 ne? Holzkisten. Maschinen-Iwehr. Munition. Okay, cool. Erste Hilfe. Nein, nehmen wir natürlich auch gerne mit. So, wo was? Nö. Denn, auf nach oben. Ja, super. Drei Schuss, damit die Wink natürlich hier kein Blut kommen, ja. Also werde ich mal auf die Schrotflinte übersatteln. Ah, das ist der Weg. Okay. Karte des Bergwerks. Okay, da geht's noch weiter, aber da komme ich jetzt nicht rein, oder? Na, ach, guck mal da. Wir sind, wir sind im Keller, was? Was? Warum sind wir im Keller, bei uns? Moment mal. Warum ist denn hier? Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg. Meine kurze Frage. Warum ist unter dem Baker anwesend, bitte? Ein Labor. Das macht doch ja keinen Sinn. Also, er hat doch gesagt irgendwie, ich meine, Evelyn ist doch mit dem Tanker gekommen. Wer hat dieses Labor da unten gebaut? In dem Bergwerk. Was? Hä? Wussten die die ganze Zeit, wo Evelyn ist? Und haben die untersucht dabei? Also halt studiert, während die hier sich die Bakers reingepfiffen hat? Oder, oder? Hä? Also, ich raff's gerade nicht so richtig. Irgendwie. Ja, damit haben wir dann wohl des Rätes Lösung. Mein Parsche-Partner. Oma ist eh wie. Würde ich jetzt mal so sagen, oder? Wie? Was? Wie seht ihr das? Das ist ein bisschen eklig, aber... Das konnte keiner vorher wissen. Äh, ja, vielleicht sollte ich aber auch jetzt hier nicht mit dem Messer rumlaufen. Werde jetzt mal... Werde jetzt mal... Na? Also, sorry, aber wie ein 10-Jähriger, wie sieht die als 2-Jähriger aus? Warum sehe ich das? Ethan, ist okay. Ist okay, ich bin's. So, hakt mir nicht wie auf meinen Halt ab. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Töte ihn, Mami. Aber das hattest du nicht tun dürfen! Das tatverdammt Bill! Er will nicht mein Daddy sein? Dann soll er... ...sterben. Go... ...tell... ...and Rooney... ...go... ...tell... ...and Rooney... ...go... ...tell... ...and Rooney... ...everybody... ...so... Untertitelung des ZDF für funk, 2017